Yes Leute, was geht ab? Ihr habt den Weg größtenteils fast live mitverfolgen können mit dem Basketball Atelier. Wir sind fast fertig, ein paar Details fehlen noch, aber egal, wir sind schon so weit. Wir sind so stolz, euch jetzt das Ergebnis präsentieren zu können. Also, ich nehme euch mit, let's go, ins Atelier. Wir sind so stolz, wir sind so stolz. Wir sind so stolz, wir sind so stolz, wir sind so stolz. Untertitelung des ZDF, 2020